So, da sind wir wieder, Folge 26, Killer13 versteckt sich hinter mir. Wir haben jetzt vor letztes Mal schon erzählt, was wir vorhaben. Wir haben hier schon das Glas rausgeschlagen, da machen wir zwei Wege, die sich verbinden. Wir wollen jetzt erstmals mit Schaltkreisen rumspielen und Kolben, um das versteckte Räumchen zu betreten, wo dann später unser Portal sein wird. Oh ja, das wird so cool. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Stein. Soll ich hier vielleicht doch ein Stück nach oben erstmal bauen? Sonst verdeckt es die Sicht von unserem Plätzchen da vorne. Ja, dann machen wir zwei, drei Stufen hoch noch, oder? Naja, lass es uns tun. Okay, gut, dann nehme ich gleich zwei Kolben mit. Wir dürften alles haben. Redstone habe ich ja vorhin genug gesammelt, genau, 27. Ich habe jetzt noch mal ein Laptop nebenan die Rezepteliste, damit ich jetzt kein Idiot, den man da stehe. Also, wir brauchen mal Stein, Holes und Eisen. Ich nehme mal eine kleine Axt mit, wenn ich mich verbaue. So, habe ich schon getan. Zwei Kolben, dann einmal Redstone. Hier. Ja, Holz habe ich jetzt natürlich nicht. Okay. So, ich muss das schon holen. Okay, weil es ist hier. Holz ist unten, ne? Ja, ist unten, genau. Holz und Stein. Das Anden. In London. Anden in London. Da kann ich ja nicht unten kraften. Unten ist ein Crafting Table, oder? Ja, genau, unten haben wir alles. Vielleicht müssen wir da auch mal wieder irgendwie umstrukturieren, weil das ist blöd, man muss dann dauernd hoch und runter, links und rechts wegtreten, in die Fresse hauen. Stock auch noch mal Alpam. Es ist eindeutig zu viel Arbeit. So, also nochmal hier oben, zack, 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 zack. Zick, zick, zuck, zuck. Zuck, zuck, wioW. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, aber irgendwie reizt es mich im Moment nicht. Wir haben mich halt, also gar nicht, also mich, vor ein paar Jahren haben wir doch mal irgendwie alle zusammen kurz gespielt, ganz, ganz kurz, und da, nee, das, ähm... Ist nicht sehr reizvoll für dich, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt ganz, ganz am Anfang, wo wir noch recht frisch waren, so ein bisschen gespielt, und da, aber ich, das ist eh nicht so meins, irgendwie. Okay. Cool, 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 cool. So, cool, cool. I need coal. I need a coal. A coal is what I need. I need coal. was ich hier gerade wurstel was wursteln sie denn da gerade? ich würstel gerade die erste die first trap hier hin die erste treppe die stairs mach ich gleich noch rein ok kohle 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 so da komm ich mal schön mitbauen also wieviel bist du hoch gegangen? 2 oder 3 Stiefs? Moment ich bin erstmal schau dir das mal an erstmal 3 geradeaus und dann das Stückel da wenn du oben bist kannst du dir das mal anschauen ich mach ja auch mal Dingens hin ich bin mal gerade nach den Treppen so 16 Treppen kohle 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 und hier willst du dann die Höhe beibehalten oder willst du noch höher? was würdest du sagen? noch höher oder? ich würde es so lassen ok lassen wir es so dann geht der Weg jetzt ein stück geradeaus soll das soll das über bis über unser Ding oder soll es über Wasser irgendwie sich zusammen finden dann ich würde sagen etwas weiter wie der Wasserfall ist und dann dort circa in der Mitte treffen die sich dann zusammen oder? ja ok ok do it dann zähle ich nur kurz die Stufen 1 ja ich ich schaue also ich bin 3 grad ausgegangen und dann halt 3 grad aus und dann 1 2 3 4 4 4 müssen das sein du siehst du an den Klötzen hier nebendran 1 2 3 4 ok also 3 grad aus und dann hoch und dann hoch ja ok auf der Seite sieht man es ja auch ganz gut nein kohle 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 wir müssen irgendwas eigenes finden damit wir das Gronkh noch machen scheiße ich hab voll den Ohrwurm davon einfach ha 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 Eisen 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 wir brauchen Eisen da 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 denkst du Gronkh hat das Video gesehen was dieser komische Schnitzeltyp da gemacht hat der Schnitzeltyp bestimmt das gefällt ihm bestimmt Gronkh guck mal hab ich deine Höhe erreicht hier wenn ich hier stehe oder ist das schon zu das äh kohle 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 das werde ich gleich mit diesem besonderen Winkel Messhöhenmaßgerät herausfinden Jan kann fliegen das ist ein Steinometer so nennt man das hier ist meine hier ist mein Boden hier ist mein Boden ok dann kann ich hier wieder weg hackern also an der Seite hab ich schon guck mal das ist die Seitenwand hab ich auch ok aber der Grundboden ist hier genau the ground bottom ich mach den Scharmel dann mal wieder ab ein so ich weiß gar nicht was ich heute sagen soll jetzt hast du die Höhe erreicht genau, ich mach hier noch nebendran die Dinger hoch oder machst du das? Was denn? Dass man nicht runterfällt, ich hab bei mir nie dran Ja, das mach ich noch, ich will erstmal hier zu dem Grundweg machen Sagen bis... Hier eventuell Der erste 64er Steck ist aufgebraucht Das ist Steck Alter, ich bin voll ins Wasser gefallen, obwohl ich Großschreiben gedrückt gehalten hab, ne? Das sah so crank aus, von hier sah aus wie wärst du gesprungen Okay, ja, ähm Keine Ahnung Klar, da steht dann Creper Wo ist meine Katze, wenn ich so brauch? Pau 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 3-2 Klar, ich brauch eh bisschen EP Tadam So Ah Haha Scheiß Creeper, ey Nun gut Ich hab übrigens noch eine Idee, wie wir Wie wir das bisschen So ein Alternativweg nach oben in unser Baumhaus machen könnten Und zwar Und zwar, aber das können wir mal in einer anderen Folge machen Ich glaub das dauert jetzt zu lang Weißt du, das hab ich dir schon mal gesagt Da kannst du dich auch durch Wände beamen, mehr oder weniger Ich glaub ich mach jetzt hier Ich glaub ich mach jetzt hier die Steintreppen erstmal Ach hier ist ja kein Ah, du hast hier ein Crafting-Tabling gemacht Nice Wie 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 Ja Killer Okay Okay Ich höre Wie 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 So, da sind wir wieder Ich hatte gerade eben Soundprobleme Meine Soundkarte wurde einfach plötzlich nicht mehr erkannt Weil Skype keine Lust hatte Ja, aber das macht nichts Wir machen jetzt einfach weiter Hier mit unserem Mit unserer Verbindung Mit unserer Superbridge Fick Jetzt hab ich das hier ein bisschen kacke gemacht Volldampf zurück Oh Es wäre ja noch eins breiter bei dir hier Das hab ich ganz verkehrt Nee, Moment mal Wie ist denn der hier? Ah, das geht hier gar nicht Jetzt Genau Hoppala Ja, das läuft hier, das läuft jetzt Ich mach schon mal direkt die Umwandlung weiter Ich mach jetzt hier drüben Ich hab die Wege jetzt einfach verbunden, ne? Und dann machen wir den Raum in die Mitte Machen wir den Raum in die Mitte Ich weiß nicht, willst du eine Wendeltreppe hoch machen? Die dann nochmal hochführt Ja, nee, das wär jetzt dann, nee Okay, gut Machen wir den einen Raum Ich will eine Reine Ich will eine Reine Ey, du bist doch echt ein doof Kopf, ey Bist du wieder runtergefallen Ich weiß jetzt woran das liegt, ne? Kommt der Wasserfall hoch, kommt der Wasserfall hoch Oh mein Gott Ich weiß jetzt woran das liegt mit, äh Du kannst, wenn du Wenn du Großschreiben gedrückt hältst Kannst du länger Kannst du weiter In einem weiteren Winkel im Außenbereich stehen Weißt du was ich mein? Ja, das hab ich Ja, ne klar Aber jetzt sobald du loslässt Äh Stehst du nicht mehr, sondern Ja, dann fällst du Ja klar, ja Ich dachte das ist, äh Ja, natürlich Ich dachte wenn du das gedrückt hältst Stehst du einfach so weit außen wie möglich Bis kurz vorm Hinfallen Aber nicht, dass du diesen Punkt überschreitest Ja ne, wenn du Wenn es loslässt Dann, also du schwebst schon in der Luft eigentlich Wenn du es loslässt Dann fällst du dann direkt runter Warte Wie hast du das Die sieht aber hier bisschen blöd aus Was, wie? Weiß nicht Achso Die Dinger an der Seite hab ich bei dir auch nur kurz Also eins hab ich da so einfach so hingesetzt Okay Und dann machen wir Den Raum ungefähr in die Mitte Lass uns mal die Blöcke zählen Ob das genau die Mitte ist Weil von außen sieht man es schon Also vom Eckpunkt aus Also die Ecke zähl ich nicht mit Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wie viel hast du? Ich hab nur sieben ohne die Ecke Hast du die Ecke mitgezählt? Die Ecke hab ich nicht mitgezählt Ja gut, dann hab ich sieben Jetzt hab ich acht Ich hab jetzt noch eins dazu gemacht Macht, dass du auch acht hast, oder? Ja okay, also nochmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Passt perfekt Okay, perfekt Jetzt machen wir hier noch einen Weg Eins Ja Aber dann nicht so weit, ne? So langt's eigentlich schon Oder willst du den extrem weit irgendwie hier? Ne, ich will jetzt hier Sollen wir hier dann diese angrenzenden Blöcke machen? Ja Wir müssen das aber dann hier nochmal kurz verengern Und zwar, warte mal Also meinst du jetzt wegen diesen Dingern Öffnen? Diese Kolben da Ich dachte, wir machen das so Guck mal, wir machen hier zwei Kolben hin So, ne? Ach, so mein ich Und nebendran auch Also hier auch Zack, zack Und dann da hoch Und dann schieben die hier so zwei Steine rum Ja Ich habe so cool gebaut Wie du ihn einfach hinsetzt Guck der Kolb In welche Richtung schieben die jetzt? In die Richtung, ne? Wo du grad stehst Okay, dann hacke ich ihn nochmal kurz ab Ich stelle mich hier, falls er runter fällt Okay Ich glaube, du musst dich genau da Ja, ja, genau Oh, je Aber ich habe jetzt nur zwei gemacht Weil ich dachte Wir machen ja logischerweise eben jeweils zwei Sonst passt man ja gar nicht durch Müssen die dann einfach nicht eigentlich? Warte, ich überleg grad, wie wir das machen Das schiebt da jetzt Steine in den Weg Statt welche wegzumachen Das würde jetzt die Steine hier rüberschieben Ja Und dann machst du hier noch so ein Ding hin Das schiebt Warte, warte, dann ist ja immer eins offen Das ist doof Wir brauchen ein bisschen Schlabbergrün dran Dass es auch zieht Später Also müssen wir dann Brauchen wir doch Kolben Mit diesem Slimeball Ja, oder? Was haben wir genau vor? Ich will, dass per Knopfdruck sich hier die Tür Quasi seitlich öffnet Dass zwei Steine weggezogen werden Weißt du was ich meine? Ja, 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 das Also die müssen jetzt praktisch Die müssen ausgefahren sein Und ausgefahren bleiben Ja, genau Und wenn ich den Knopf druck Will ich, dass das zwei Steine Zur Seite hin zieht Das müssen wir doch dann aber auch so ein bisschen Das müssen wir doch anders machen So ein bisschen verkleiden Weil hier ist ja dann Dass man das nicht sieht Dass die ausgefahren sind Weißt du wie? Äh, was geht denn ab? Ich hüpfe die ganze Zeit automatisch Sieht so gut aus, du ziehbär Hast du gesehen, was ich gemeint hab? Ne, nochmal bitte Wenn die offen sind, ne? Dann sieht man ja hier diese offene Die sind ja dann ein Block offen Deswegen das schieben wir ein Stück weiter rein Und machen das dann so zu Dass man das nicht sieht Ja Okay, lass es uns tun Machst du Schleimdinger? Holst du die nochmal ab Und machst Schleim dran? Ja Ich muss ja eh nochmal zwei machen Ich glaube wir müssen das dann eh weiter innen rein bauen, oder? Wenn wir das zudecken Die müssen hier drauf So müssen die dann stehen Hier Ja, okay, gut Dann kümmere ich mich mal um die Kolben Koi Dann machen wir aber die Öffnung nur eine Tür dick, oder? Äh, ein Nur zwei Steine Dike Also pro Kolben Pro zweier paar Kolben Einen Klotz Also du bist links und rechts, ne? Ja, links und rechts Verdammt Dann haben wir hier aber falsche Maße gewählt Hier vorne Das, ich mach das, ich mach das Lass ich mal überlegen Lass ich mir überlegen Wir wissen uns, dass auch noch der Schalter schön irgendwo platziert ist Und das Redstone, ich weiß noch Das Das ist dann zu scheiße, wenn wir das machen wollen, dass das nicht sichtbar ist Ne, wir legen das außen einfach Wir legen das außen entlang Draußen Das hab ich mal Im Peon gemacht Da haben wir so ein Haus gebaut Und da wollten wir das mal auf den Schalter drückt Und dann gehen so Falltüren auf, dass man komplett runterfallen kann Denn wir haben den kompletten Schaltkreis in so einer riesigen Apparatur einfach außen am Haus verlegt Okay Jetzt fehlt mir wieder Holz Wir müssen unbedingt oben auch so diese Grundbausteine setzen Ja, das ist scheiße Ja, wir müssen alles entweder oben oder unten setzen, weil sonst muss man immer hin und her Oh, was ist hier los? Ach du Scheiße Was ist los? Wenn du den Stamm runterkletterst Ich weiß nicht Das ist wahrscheinlich der Creeper von vorhin, als ich runtergefallen bin Hat Also der ganze Keller ist überschwemmt Was? Nein Welcher Keller ist es der, wo die ganzen Sachen drin stehen? Jaja Sind die alle weggeschwemmt? Das hat schon wieder erledigt Okay Hab's grad zugemacht Hat ein Creeper aufgeschossen So, Holz Diese Schweine Creeper Diese Schweine Creeper Priester Diese Priesten Gepriestelten So, hier kommen die Dinger hin Die schieben das Hier ist das dann Was kommt da hin? Was ist das andere? So Jetzt Laugh the Haas Ich hab die Macht Pfff Ich habe die Macht dazu mächtig zu sein Kannst du mal Glas mitbringen? Ja Weil ich mach dann Das muss ja dann auch zwei hoch sein, die Mauer Wäsche Wäsche wäsche, hier wäsche Du Ich trink doch gern Woi Ich trink doch gern Woi Machen wir mal Machen wir das so und so So Jetzt muss ich gucken wie diese Schleimscheiße da geht So Boah Fast runter gefallen Oh bedrohlicher Sound Ich komm runter und hol das Glas Weil ich bin jetzt eh grad ready Okay Ready like a Freddy Hey Die Katze schreit mich an Mäh Mäh Machst du das grad unten? Ahja du bist Andern Wo bist du? Ich komm jetzt auch runter Ich muss eh das Glas holen Ich seh dich aber du stehst neben mir man Das mich wie immer zugebaut du wirst Haha Googleigook Cool, 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 cool Cool, cool, cool Ich bin keine Carol Thanks man Cool, 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 cool Ach verdammt wie du öffnest du nicht singen Nein Wir brauchen was eigenes So, und jetzt singst du deinen Pokémon-Song auf die Stelle Ich hab den schon wieder vergessen, leider Ja, ich kann mich erinnern, wie du es mir damals vorgesungen hast Das ist aber ganz schön dumm gelaufen Ich hab für uns extra so einen Song für uns mit der Pokémon oder auf der Pokémon-Melodie Aber das weiß ich ja natürlich gar nicht mehr Wir buddeln uns in die Gefahr Ja, irgendwie sowas Das war es, genau Tief in die Gefahr The Partners So, irgendwie ging das Leute, das ist so ein geiles Lied Wir werden es nie zu Ohren bekommen, weil ich Angst habe Ich hab das vergessen Wenn Walden nicht mitsingt Ja Ja, du wirst mich ja nicht Du hast gesagt, ich hab's erfunden Ich will es vortragen Woos? Hieß es nicht Jan, du hast es erfunden Du musst es vortragen So Süß sich doch Wenn ich so So einen Schund erzählt hätte Das werden wir morgen mal bebrechen Beim Grillen Ich bin so blit Du Würreli und ich grillen so gern Wir grillen dann dauernd Wir sind die Grille Wer macht so gerne Feuer? Wir sind ein kleines Spielkind Gehen Feuer machen Sahne anzünden Feuer Ah Scheiße Achso Okay, so Guck mal, hier mach ich Glas hin Nein, nicht das Glas Bin ich Darm Mein Darm ist so Dann brauchen wir jetzt Redstone Für eine Rotsteinverbindung Mach eine Rotsteinverbindung Und ergötze dich daran Können wir zwei Schalter machen? Weißt du? Schokolade Also für mich ein Schalter Und für dich ein Schalter? Jeder ein Schalter Wir müssen ihn gleichzeitig drücken Sonst geht das Spiel aus Ja Muss simultan gedrückt werden Sonst stirbt die ganze Welt Ja Wir müssen irgendein Quote-Wort sagen Zum Beispiel Kartoffelsatt Kot Kartoffelsatt Ja, wie es nicht geht Power bauen Moment mal Ich muss ja dann die Verbindung Die Beide Da unten Du hast gesagt Du setzt es einfach außen Oder was? Ja und zwar Und jetzt passen wir mal auf Das wird so geil Guck, der Schalter ist hier, ne? Zum Beispiel Hier Warte schon Ja Und dann machen wir Das ist aber ganz schön blöd Man kann noch Redstoneverbindungen Nicht hochlegen, oder? Ich hab keine Ahnung mit Schaltkreisen Aber da bin ich wirklich Lass es uns tun Wir müssen einfach wahrscheinlich Rumprobieren Ich hab überhaupt Wollen Elektriker des Jahres Aber das Oder wie? Bam Klar Rotstein Elektriker Das ist eine sogenannte Rotsteinsicherung Da müssen wir einfach Den Finger reinstecken Und dann geht das Ich komm mal runter Moment Boah, hier fällt man ja Hier ist ja wohl die Todesfalle Todesfall Of Scotland Yard Yay Woah, fuck, nein Hit the ground Too hard Ist dunkel? Oh, ja Soll ich schon runterkommen Als Backup, oder? Scheiße Ich bin einfach An dem Kackdorf Nein Wie, du bist im Kackdorf Ich bin in dem Dorf Verdammte Kack Du hast kein Boot und nix, ne? Ach, ich schaff das Ich hab ein Stück Ich hab ein Stück Dreck Damit kämpfe ich mich durch Brauchst du so ein Stück Dreck Ein Boot Ach, ich muss ja Stimmt, ich hab Ah, ich hab Holz Ich hab Holz in so ein Guck, ob ich auch dabei Ich guck grad How I can craft a shelter Du musst unten einen Stein Und oben einen Stick Ach, dankeschön Also über den Stein Ein Stick Ey, jetzt leckt's bei mir hier noch Weißt du Weil ich die Hier noch alles laden muss Zack Ja klar Bin der Skelettkrieger Geh weg Bin der Skelettkrieger Und Aime schon auf den armen Killer Der nur ein Stück Dreck in der Hand hat Und einen Pilz Ein Leber Ich hab ein Leber gebaut Ein Leber in der Leber Mir ist eingefallen Ich wollte mal diesen Shader-Mod ausprobieren Damit es auch so wie bei Grank aussieht So richtig geil Aber wir haben doch damals Als wir den Server Geholt haben wir doch diese Mods Oder? Die werden ja bei uns jetzt zur Zeit nicht zugelassen Kann das sein? Welche Mods? Welche Mods meinst du? Also generell Mods Wir können auf dem Server keine Mods drauf machen Achso, ja wir haben keine Head-Ons drauf Ja Gut Was heißt das? Also ich dachte das ist Ach, das Shader muss man auf dem Server draufladen oder wie? Ja Ja, ich denk mal oder nicht? Ich dachte das ist ein Texture-Pack Ne, ne das ist kein Also Texture-Pack Ist was Eigenständiges Und Shader-Mod ist dann generell nochmal Wir haben ja gesehen Selbst auf Default Wie geil die Grafik aussieht Ja Und äh Da wollte ich einfach nur Diesen Shader-Mod mal Antesten Okay Aber damals kann ich mich daran erinnern Dass da stand Ähm Mods sind nicht zugelassen oder sowas Oder nur auf Aufpreisen Haben wir es damals weggelassen Ja ne, also wir haben Das kann ich mit Sicherheit sagen Das haben wir nicht Wir haben Ähm Addons kosten irgendwie 6 Euro Damit man halt für sich wieviel Speicherplatz frei hat für Addons Und das haben wir komplett ausgeschaltet Weil wir eigentlich Minecraft spielen wollen Und nicht äh Plug-in-Addon-Craft Und deshalb Ähm Ja, machen wir es so Ich dachte, dass wir nur ein Text-Shop-Pack Was er da hat The Gronkh Ich hab keine Ahnung Ich probier jetzt einfach hier rum Im Redstone Geht das hier rüber? Ne Ich komm jetzt Ich glaub ich muss hier ein bisschen Glas wegmachen Ich werd jetzt den Wasserfall hochklettern Ja mach ruhig Fuck, ich muss meinen Scheiß aufheben Ich kann den Wasserfall doch nicht hochklettern Ich hab so viel Crame dabei Jetzt fahr ich noch gegen unsere Zum Glück hab ich gerade nicht gefilmt Oh mein Gott Ich bin richtig Man hat's genau gesehen Ich werde gegen das Stück Glas fahren Aber ich bin trotzdem geradeaus weitergefahren Ich weiß nicht warum Und dann war das Boot weg Liegt mein Zeug noch? Kannst du das sehen? Ähm Ich weiß gar nicht, wo du Es liegt noch Es liegt noch Ich bin unter dir Aber ich brauch glaube ich Backup Weil hier ist alles voll mit Jumpern Ich dachte ich fahr mit dem Redstone Einfach hier an diese Kolben Aber es It doesn't work Ich hab's jetzt vom Schalter runtergelegt Ah Ich bin voll Das darf doch nicht wahr sein Ne, passiert nichts Ähm Soll ich kommen? Ne, ne es geht Ich war gerade eben noch voll Aber ich weiß gar nicht Ach Stein Stufen Wer braucht es schon Weg damit mit dem Dreck Lächerlich Achso Ah Oh Nein Ey das ist Ich muss mir da unbedingt Irgendwas hinbauen Ey das gibt's doch gar nicht Okay das funktioniert auf jeden Fall Ich hab jetzt nur den unteren Den oberen glaube ich angeschlossen Okay Aber irgendwie funktioniert das nicht so Wie wir es haben wollen Zeige mal Herbert Der verschiebt den Block Anstatt Ich dachte am Schleim Bleibt der Block kleben Ja ich denke Ich denke mal Das ist Ähm Warte mal Ich schau mal Jumbo Mall Auto Ich will es mir anschauen Dein Werk Auf Scotland Ja So Gerade eben war es noch Nacht Ich komme hoch und dann ist Tag Ja klar Ich bin zurück aus dem Dorf Kinder Ich habe was mitgebracht Ich bin in den Augen So zeig mal Es sieht so geil aus Okay aber es funktioniert schon mal einigermaßen Ich will den oberen jetzt anfangen Aber das will er irgendwie nicht Zeige mal Ja das hab ich Das war das was ich gemeint hab Theoretisch müsste man jetzt Weißt du hier muss Hier nochmal einen Klotz hin Ich kann auf Redstone keinen Klotz draufsetzen Ja es müsste hinter Weißt du es müsste Ich mach das mal kurz nochmal weg ne Es müsste theoretisch hier ein Block sein Dass der angesteuert wird glaube ich Aber dann geht der unten ja gar nicht Außer man kann es nebendran machen Gib mal ein bisschen Redstone Oder mach mal irgendwie Warte Achtung Es gibt immer noch genug der untere Ja warte dass er noch nicht fährt Achso es gibt nur der untere Gib mal Redstone Gib mal Redstone Ich schmeiß die Spinnenäuglein her Okay danke So okay Drück mal auf den Shoulder Auf den Shoulder Die Barbara schreit rum Ich kann sie genau hören Die Bobby ist wach geworden Ich hör sie drüben rum schreien Ja echt? Die schreit so? Die ruft mich Will sie mimi? Wer weiß Vielleicht auch ein Deksche Okay Okay ähm wie Warum Warum? Warum? Wie das irgendwie blockiert ist? Ach komm mal her Komm mal her Bei mir Wie hast du das getan? Ich hab einfach Plätze drauf gemacht Und nur den oberen angesteuert Und der steuert mit den unteren an Das heißt Tu es Das müsste aber dann hier genauso funktionieren Ne da fehlt aber schon mal eindeutig Dieser Genau Dieser Klotz hier Und dann so Nochmal Ha Nochmal So Und jetzt müssen wir aber noch ne Verbindung zwischen beiden Schaltern schaffen Damit Auf einem Schalter beide aufgehen Ne wir müssen die schon drücken oder? Warte mal Ich würde sagen wir müssen die auf jeden Fall einzeln drücken Wir müssen hier hingehen und die drücken Zack Ich will nur kurz lassen ob das gehen würde Ja ok mach vielleicht oben Weißt du ne Verbindung Guck mal Warte mal Achtung Das wird jetzt cool Oh Leute Leute Was mir du schaffe Do it Ah doch Nur auf dem rechten Schalter Gehen beide auf Ja weil der hier nicht mehr Der hier ist ja nicht mehr dran Der Schalter weißt du Dann lassen Dann machen wir nur einen Schalter oder? Ja ok Ich hau den weg Und auf dem hier Zack Ist schon saugeil oder? Auf jeden Fall Leute Guckt euch das an Das hat noch nie jemand gemacht Das hat Das wir sind die ersten Die Redstone entdeckte Eigentlich gibt's Redstone noch gar nicht Aber das haben wir Bekommen Von jemandem Ich glaub wir brauchen auch noch ein bisschen Stein Ach stimmt Dann kannst du halt verdecken Ja aber wir können das nicht Wir können Wir müssen es jetzt genauso lassen Außer Ne warte Wir können es ja noch Nein 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 Warte mal Warte mal Mach doch den Schalter hier hin Hier Und ich mach das dann so So Und so Wo willst du denn hier hin? Ja drück mal Ja es geht immer noch Weil jetzt ist das wenigstens gleichmäßig hier oben Ne? Ja Und fertig Lassen wir es so Scheiß nein Man könnte auch so eine Zeitverzögerung einbauen Sehe ich gerade Aber das ist ja egal Ja das brauchen wir nicht Wir müssen einfach Man muss Man muss drücken Was von einer Zeitverzögerung Gell also wirklich Ich will den Schalter drücken Und dann muss es gehen Genau und hier dahinter Ja Schön geschützt Kommt dann das Enderportal irgendwo hin Da machen wir so ein schönes Räumchen noch Lass es uns bauen direkt Ja genau Ich bin schon gerade dabei Du bist so crank Lass direkt im Boden Eine Spalte frei dann Weil da kommt dann der Der untere Teil halt des Portals hinein Lass hier mal eine Spalte frei Guck mal Warte warte Guck mal Lass mal Diese Wir brauchen Ich glaube drei Blöcke brauchen wir Ja Drei brauchen wir Oder nein Vier Dann passt es ja gar nicht so schön da rein Wie ich mir es vorgestellt habe Weißt du Dann Wir müssen das so seitlich machen So baue ich es denn So oder Weil dann kann man es genau In die Mitte des Raumes stellern Okay Und ich würde auch sagen Auf so eine Art Podest oder sowas Man kann ja auch diese halben Blöcke machen Weißt du So drumherum mit halben Blöcken Ja Das ist halt ein bisschen Dann mach drüber mal das Podest Wie du das Wie du das einst Weil wenn ich Weil die Dinger sind ja Saukacke wieder abzubauen Boah Was ist dein Werkzeug? Sollen wir noch eins In jede Richtung breiter machen Damit wir da Dann die Wand hochziehen Ja machen wir Machen wir Das wird so cool Ach scheiße Ich hab mich verbaut Kannst du es abschlagen? Ja klar Ich mach hier noch So Und zwar ich würde sagen Wir könnten hier schon wieder Diesen selben Style Wie in dem anderen Raum machen Nämlich einmal Hier irgendeinen Werkstoff Und dann auf einmal Ein Block weiter Einen anderen Ich würde einer von beiden Vielleicht diesen Glowstone nehmen Also das können wir natürlich erst nehmen Wenn das Portal dann schon da ist Ja komm dann bauen wir es jetzt mal Gehen wir mal rein oder? Ja Und kurze Frage Brauchen wir das hier Und das hier Brauchen wir diese zwei Stück Redstone hier? Mach mal kurz weg Ich probiere es aus Try it man Nein Brauchen wir nicht perfekt Okay Anscheinend vielleicht muss man einfach nur einen Pisten anschließen Und dann geht der Daranliegende auch Ich mach mal diesen Podest Wie ich vorhin gesagt habe Genau mach mal das Podest Damit die Schweiz wieder haslaft Also du musst dran denken Dass das Portal ungefähr so aussieht Weißt du wie das genau gebaut ist? Äh Drei Felder brauchst du, gell? Also guck hier so So ist es dann Bist du gerade hier? Ne ich brauche gerade am Crafting Table Ich komm Und zwar Ach noch eins hoch Scheiße Ach kannst du mir eine Axt oder sowas mitbringen? Ich hab das Ja Danke Und da? Sowas dachte ich hier Weißt du so drum herum Ja Ja das auf jeden Fall Guck Also es muss Es muss halt so gemacht So wird es gebaut Äh Ne jetzt hab ich das schon wieder scheiße gemacht Oh nein Von hier oben ist die Perspektive ganz schön behindert Also hier ist es zusammen glaube ich So Hä das hab ich gerade eben weggemacht Wollt ihr mich verarschen? Schau mal Sieht es wie ein Portal aus? Ja fast Ja so ist das Portal Man kann die Ecken Um halt Obsidian zu sparen Auch weglassen Also würde es Fertig Dann so aussehen Und wir können es entweder in den Boden einlassen Oder halt So wie du es jetzt hier gemacht hast So ist es eigentlich ziemlich geil Dass man so reinschlappen kann Ja Aber dann machst du die Stufen nur hier in die Mitte oder? Ich mach glaube ich generell Warte hab ich jetzt noch eine Axt Ja Soll ich es jetzt genau hier hinbauen eigentlich? Soll ich es erstmal hinbauen Und du machst es dann? Ja baust mal hin Und dann Kann ich es ja immer noch Okay Dingsen Zeugsen Schau ich gerade Wie? Warte mal Warte mal Hier stimmt was nicht Von der Tür ist es 1, 2, 3 breit Und da drüben nur Auch 3 1, 2, 3, 4 Und hier 1, 2, 3 Hier fehlt noch eine Reihe Stein Okay Da habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik Ich glaube jetzt stimmt es Hinten kann man auch noch eine Reihe hinmachen Machst du da hinten noch eine Reihe hin? Guck mal Wenn man von der Tür sieht Das ist jetzt gerade Also da kann man noch einen hinstellen hier Und dann sieht es genauso aus wie hier Okay Okay Ich mach weiter Ja Das ist eine Wissenschaft Türsie Tsch Bin ich jetzt der Nein bin ich nicht Sieht so schön aus Es ist noch eins Ja und dann oben drauf Okay Es ist echt hier schwierig Sowas zu bauen So Haben wir einen Feuerzeugel dabei Das wir direkt hier loslegen können? Nein Aber hier ist das Flint Okay warte Ich mach das schnell Ich mach das schnell Ich geh schnell in den Mund Und dann mach den Kram Das ist ja ganz trügerisch Was ich hier vorhin gebaut habe Obwohl ich durchgefallen bin Das muss ich direkt wieder weg machen Ich verlasse mich da sonst wieder drauf Und fall durch Das muss lustig ausgesehen haben Und vor allem dann das Erwachen einfach hinten Im Kabuffdorf Wir haben hier Flint und wir haben hier etwas Eisen Ich will jetzt erstmal testen wie es aussieht Weil ich hab den Eindruck Das könnte blöd aussehen aber ich erstmal testen So ich habe hier einen Firetike Ich mach dir auch eins Dass wir da So Kram anzünden können Oh ich habe unser Haus angezündet Alles cool Alles cool Ich bin gerade verschreckt Ja das wäre cool Wenn das Portal eigentlich höher wäre Ich glaube dann würde es besser aussehen Aber jetzt ist es zu spät Zeig mal Zeig mal Ich muss noch hier ein bisschen breiter machen Das Problem ist jetzt Die fehlen mir noch ein paar halbe Plätze Wir können auch den ganzen Raum Eins runtersetzen Weißt du was ich meine? Weil oben ist diese eckige Form Ja unten Ja warte Ja wir können ja oben Ich kann hier oben noch was Wir können es so machen Dann sieht es wieder besser aus oder? Ja Aber halt mit Dem richtigen Stereo Es ist schon fertig Also es geht so Ah ok Oder soll ich Ob sie den rein machen? Warte 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 Überlegen mich gerade Ich habe eh genug Wir haben genug Wir haben genug Ich mache es rein Ich habe noch 13 Stück Ja komm mal rein Ja so sieht es viel besser aus Kommen wir mal noch Kerzen drumherum Ja Kerzen Ich liebe Kerzen Sollen wir hier dann direkt die Mauer hin machen? Ja ne? Ich muss nämlich mal den Stein hier verbrauchen Den ich dabei habe Achso warte mal Warte mal Da wollte ich doch eine Reihe Glowstone Und eine Reihe was anderes nehmen Sollen wir eine Reihe Stein Eine Reihe Glowstone So? Ich überlege gerade Oder Baumstamm Also wir haben halt Also Stein ist das einzige Was wir gerade noch richtig viel haben Oder hätten Ja aber danach können wir uns jetzt richtig Eigentlich schon fett Geil aussehen Optisch Ich überlege gerade Was am besten Ob wir vielleicht irgendwas mit Farbstoff machen Ich will halt Dass es richtig optisch Richtig Bombe aussieht Aber da brauchen wir dann echt viel Wolle Ja wir könnten Ich habe jetzt zum Beispiel 16 Spinnenfaden Vier Stück Muss ich gucken wie viel Wolle rausspringen Ähm was wollte ich jetzt auch noch paar Halbe Blöcke brauche ich noch Ich gehe dann mal kurz mein Graben raus Oder wegsortieren Weil ich habe jetzt so viel Fetts dabei Und übrigens ich glaube die Zeit Ist bald wieder überschritten Wir sollten Ja Ein kurzes Schnitt vornehmen Kurz bevor wir Hier in unser Portalchen reingehen Würde ich sagen Machen wir den Cut Ja Machen wir dann gleich weiter So Das sind glaube ich meine Halben Dinger Hier Jetzt ist hier noch schnell fertig Warum ist der dritten eigentlich Achso Ich würde sagen Wir müssen das aber noch eins breiter machen Für die Wand Ja warum nicht Das sieht schon ein bisschen aus wie ein Stargate Das sieht echt cool aus Ja das läuft jetzt Warum kann ich das Das ist halt aufheben hier Was willst du da aufheben? Hier dieser Klotz Das ist aufhebbar Ich bin jetzt eh gerade nicht oben Aber ich komme gleich mit dem Nuff Sag mal dieses Kirschholz nehmen Kirschholz wird geil aussehen Also dieser Dschungelholz Ja warum nicht Dann nehme ich das gerade mit Weil das ist so schön dunkel Dann machen wir eine Reihe Das sind eine Reihe Close Down Genau Dann Machen wir hier kurz wieder einen Stopp Und wir sehen uns gleich wieder Ciao Bis gleich Ciao